Hallo und herzlich willkommen bei einer Runde Overfield Plays Overwatch. Ich bin gerade in einem kleinen Efecht. Ich spiele gerade in einer Gruppe von Randoms. Schauen wir mal was es hier gibt. Prinzipiell muss ich sagen, ich bin vom Level her der zweitschlechteste. Das heißt, so ziemlich alle, die mitspielen, dürfte wesentlich mehr Spielerfahrung haben als ich. Wir spielen eine, ja, im Prinzip eine Double Heal Combo. Wobei ich eigentlich nicht der Main Heal sein sollte. Und vier, drei, zwei, eins, Handeln beginnt. Nehmen Sie sie mit ein. Ich bin gerade in einem kleinen Ereignis. Ja, das ist ein Witz. So, scheint ganz gut zu knacken, wo ich jetzt Gute nach oben, wie es mir hier läuft, wenn ich das nicht verheirte, dann schützt es mir! Ein, ein, ein. Ab, hier kommt keiner vor Ort. Jetzt gibt's was auf die Ohren! Lass uns nicht hin. Hört uns nicht hin! Hört uns nicht hin! Der hat mich noch erwischt, ich pack's nicht. Okay. Da habe ich schlecht reagiert. Definitiv, so was darf nicht passieren. So, ich beeile mich jetzt mal ein bisschen, dass ich bei meinem Team bin. Das ist eigentlich das Gute, wir haben zwar noch einen Heal, aber... Schacka. Schacka. Lief jetzt echt wie, ja, wie es sein sollte. Ein schöner Rush. Zwei Punkte eingenommen, alles gut. So können sie mal gehen. Also das war jetzt echt... Sehr, sehr schön, eine schnelle Runde. Da merken wir auch gleich, dass erfahrene Spieler dabei waren. Ähm, das war jetzt nur, nur in Anführungszeichen, gegen die schwerste KI. Okay, anscheinend war ich Mainheal, so wie es gerade aussieht. Interessant. Interessant. Unterwegs zu Route 66. Hallo! Hi! Übungsgefechtes Zimmerer Brücke Ja, da können wir jetzt ein bisschen Headshots üben, bis die... Das ist aber echt doof, also... Wir sind jetzt schon eine 3er- oder 4er-Gruppe... ...statt uns einfach stapide in ein Gefecht reinzujagen... So, jetzt hoffe ich doch mal, dass es... ...kein Übungsgefecht mehr ist... Also ich hoffe ja wirklich, dass die Gruppe einigermaßen beständig ist... Wählen Sie Ihren Helden! Ja... Lass mal hin, Leute! Los geht's! Lasst uns gemeinsam was reißen! Schaut euch dieses Thema! Das wird doch ein Spaziergang für uns! Lasst uns loslegen! Immer diese Warterei! 5... 4... 3... 2... 1... 1... Nehmen Sie den Ziel bereit! 1... 2... 2... 1... 2... 2... 2... 3... Ja. Knacken! Das geht gut. So, also es läuft bis jetzt eigentlich ganz gut. Okay, mein Fehler, definitiv. Ich hätte die Heilung früher einsetzen können. Ich habe die Heilung früher. 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 Wie funktioniert, ist mir das ehrlich gesagt egal. Schauen wir jetzt einfach mal, wie sich der Rest so ergibt. Aktuell bin ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Ich bin ein Überflieger. Ich bin ein Überflieger. Ich bin ein Überflieger. Ich bin ein Überflieger. Das geht jetzt ab. Hier. Danke. Na brauche ich die Rüstung. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Teilnehmend so. Ausgesang. Ich habe große Pläne mitzutieren. Hier. Alter Schlappen. Das waren jetzt zu viele zu gebündelt. Ich habe glaube ich auch mein E total verstanden. Hier gibt's Rösttuben. Knappt euch die Rösttuben. Der Schütz fährt hoch. Das geht gut ab. Die Röststunde hat geschlagen. Das geht gut. Also das Team arbeitet ziemlich gut zusammen, das ist zwar jetzt net... Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, es funktioniert halt irgendwie. Ohne groß absprechen, ohne bla bla, es funktioniert einfach. Oder der scheint halt an uns dann Zweig zu spielen wie was wüsste ich was. Ich finde es cool, das 3R Team bleibt bestehen. Heilung war ich ganz gut, kann man definitiv net meckern. Also jetzt bin es sicher keine Bestleistung, 3000er Heel mit Lucio. Aber es ist okay, da kann man echt net meckern. Es gibt Schlimmeres. Sehe ich das richtig, dass jetzt 2 Leute Heel spielen? Oder was gibt es? Ein Übungsgefecht, ah schick. Lull. Lull. Halt! Hallo! Hallo! Exe. Hallo! Du bist ja eiskalt. Sperre ihnen den Weg. Ja, ich spiele den Mecha jetzt gerade zum ersten Mal, nee, zum zweiten Mal. Das ist einfach so stupide. Und das Dauerfeuer von dem Mecha ist also stumpf. Ganz, ganz stumpf. Ohne nachzuladen, einfach draufhalten. Sorry. Der ist wirklich viel zu krass. Und der Mecha zählt ja noch als Rüstung. Also sogar wenn sie den Mecha tot kriegen, gibt es Mecha dann trotzdem noch als... Ich weiß gar nicht, wie viel hat die, wenn sie aus dem Mecha aussteigt? 200 HP, glaube ich. Das reicht ja trotzdem locker. Oh, da will einer healen, da will noch einer healen. Wenig Defensive Helden. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Rotog hat einen Heal. Wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir einen Double Heal. Einen Tank. Junkrat macht Damage. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. An dir kommt keiner vorbei. Weicht nicht vom Plan ab. Und der Sieg wird ohne. Ja, das sehen wir dann. Ja, ich bin max spannend. 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Da sind sie! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Krass. Was geht denn jetzt hier gerade ab? Ich bin hier zur Dekoration. Okay, also der Junkrat ist definitiv nicht schlecht. Ich habe große Pläne mit diesem. Krass! Krass! Überdassel! Mein Ultimate lädt sich doch auf! Alter Schlappen! Ich bin da total dekordiert, irgendwie. Das... Ich hab kaum Kills. Ich mach wahrscheinlich kaum Schaden. Das ist ein Kandidat für jede Playlist! Hallo? Uh, ich krieg mal Kills. Faszinierend halt. Faszinierend. Die... die spielen definitiv öfter als einmal die Woche. Das ist... also gegen. Aber es macht Spaß. Die haben's voll drauf. Ich herf dich hin. Wer geht? Nein! Ulti zu spät geht's. Oh, ich bin so dämlich. Ja, klar. Rumgehievt worden, wie was weiß ich was. Sie greifen unser Ziel an! Zeigen wir ihnen, wo's lang geht! Ach, wir müssen den Punkt halten! Nein! Oh, Mann! Okay, das ist jetzt nicht mehr lustig. Kopfschuss tot. Das war so dumm. Oh, Mann! Okay, das ist jetzt nicht mehr lustig. Kopfschuss tot. Das war so dumm. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Shit! Ganz großes Kino! Das war jetzt... Shit! Gut. Gut. Es kann nicht immer gut laufen. Man muss noch mal verlieren. Mein Gott. Ich hab jetzt echt zweimal einen Fehler gemacht. Und ich denk sogar, das eine Mal hat uns definitiv das Ziel gekostet. Also, nicht nur ich allein, aber... Ja. Aua. Was? Wählen Sie Ihren Helden. Einen Heiler haben wir. Zwei Heiler haben wir. Ich bin wieder da! Gemeinsam sind wir stark! Alter! Alter! Yeah! Hätt' ich mal mein Hockey-Zeugs mitgebracht. Wenn wir spontane Partie spielen könnten... Willkommen! Hi! Grüße! Die Zerstörung, die die Optics hier angerichtet haben, erinnert mich an Zuhause. Angriff-Phase beginnt in 30 Sekunden. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Tja... So ein paar nette Reaper stehen manchmal direkt vor der Tür. In der Hoffnung ist er ein Wischen gleich ein. Drei... Zwei... Eins... An... Beginnt! Heberpast! So einfach kriegst du mich nicht! Jetzt gibt's was auf die Ohren! Tempo-Boost! Barriere ist auf dem Weg. Hör auf, es geht! Okay. Den hab' ich gar nicht gesehen. Das ist jetzt peinlich. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Tempo-Boost! Lauter, lauter! Yeah! Ja! Halt! Just shoot! Halt! Time to stay and cover your train! Hit that man! Look at that man! Ah! 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 Barriere, up to here! Ah! 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 Was? 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 Das war's für heute. Ich bin eine Ein-Mann-Apokalypse. Manchmal muss man Helden wegführen. Ich bin ein Träger. Mein Kreiskappel. Ich muss einen Punkt ein. Ich nehme den Punkt ein. so, das war jetzt schon wesentlich besser ja ja komm, da kann man ja nicht vorbeischießen schür ja, schön, Nase bellen Auto-Attack verfehlt, Hage getroffen, klasse, zu wenig schade ach man ja, ich komm hier schon viel zu früh gezündet, viel zu früh auch die in von von bei von bei Na also, lief doch. So wünsche ich mir das. Ja, die waren halt schlecht. Muss man zugeben. Die kriegt von mir mal ein paar Punkte. So. Weder gut noch schlecht. Was soll's? Gut, dann würde ich jetzt sagen, machen wir hier erstmal Cut. Und bis zum nächsten Mal bei Overfield Plays Overwatch. Und bis zum nächsten Mal.